In jener Zeit, als Jesus die viele Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte, Sehe dich, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Sehe dich, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Sehe dich, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Sehe dich, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Sehe dich, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Sehe dich, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Sehe dich, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Sehe dich, die um der Gerechtigkeit wieder verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Sehe dich seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Freut euch und jubelt.